Nude Nuns with Big Guns ist meiner Meinung nach kein wirklich empfehlenswerter Film. Er versagt nicht komplett, er ist als Rache-Thriller nicht vollkommen unbrauchbar, aber dafür, was für eine absurde und abgefahrene Idee der Film eigentlich erzählen will, ist er über weite Strecken viel zu öd, viel zu langatmig und hat dem Zuschauer einfach nicht so viel zu bieten, um die Aufmerksamkeit kontinuierlich bei sich zu haben. Außerdem tut es nicht gerade etwas Positives dazu, dass das Grindhouse-Flair teilweise etwas selbstzweckhaft und aufgesetzt wirkt und der Film quasi nicht natürlich sich in diese Grindhouse-Welle einfügt, sondern etwas gezwungen auf 70s-Look getrimmt ausschaut und dadurch leider beim Anschauen eine Menge verliert. Wer drüber hinwegsehen kann, wer unbedingt einen neuen Grindhouse-Streifen sehen will und wer sich so wie ich vom Titel leiten lässt, der kann halt mal einen Blick riskieren. Aber das spaßige, temporeiche, vielleicht trashige Grindhouse-Film-Erlebnis, was man sich bei einem Film namens Nude Nuns with Big Guns erwarten kann, das ist er leider nicht. Ich höre, mich 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 nicht. Du kannst ja immer wieder hinweg aufhalten, Untertitelung des ZDF, 2020